Hallo ihr Lieben, so, heute haben wir was mit dem 3D-Bilderrahmen und Styroporkugeln. Vor einiger Zeit habe ich sowohl den 3D-Bilderrahmen als auch schon mal mit Styroporkugeln was gemacht, aber jeweils getrennt. Diesmal führe ich es zusammen und ich finde es gar nicht so schlecht. Ich arbeite auch mit so einem Styropor-Herzen, also gerade Herzen. Wir haben jetzt demnächst ja Valentinstag. Für mich ist jetzt Valentinstag jetzt nicht so wichtig, aber ich mag trotzdem die Form des Herzens natürlich sehr, sehr gerne und hatte mir dann eben so ein bisschen überlegt, was kann man machen. Ich arbeite oft so ein bisschen anders oder auch vom Ergebnis her ein bisschen anders. Ich selbst finde nämlich das Ergebnis tatsächlich sehr, sehr schön. Aber ich glaube dem einen oder anderen wird vielleicht so das Endergebnis nicht gefallen, aber vielleicht könnt ihr mit der Idee etwas anfangen und habt dann eine Möglichkeit da so ein bisschen zu schauen, was könnt ihr damit tun oder vielleicht einfach auch das Ganze in eurem Stil halt zum Beispiel umsetzen und dementsprechend glaube ich, ist das eine schöne Variante. Ich habe zuerst die Styroporkugeln als auch das Herz getrennt, das heißt jeweils eine Hälfte draus gemacht. Vom Herzen habe ich jetzt nur eins gebraucht, weil ich das direkt in der Mitte zentral machen wollte. So ein bisschen immer aufpassen, das ist jetzt nicht unbedingt das Teilen, was jetzt Kinder auch machen könnten, aber den Rest glaube ich kriegen Kinder auch ganz gut hin, falls man mit den Kindern das zusammenbasteln möchte. Und auch da ist, ich habe die Herzen dann noch angemalt und ich glaube da sind die Möglichkeiten unglaublich vielfältig, wie jeder das so ein bisschen für sich machen möchte. Wie gesagt, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, die ich unglaublich schön irgendwo auch finde, was man damit machen kann. Ich mag diese 3D-Bilderrahmen sowieso sehr gerne, weil die auch so viel Spielraum haben für alle andere Möglichkeiten. Ich hatte mit dem 3D-Bilderrahmen zum Beispiel mit alten Holzbausteinchen was gemacht. Finde ich mega und auch das Ergebnis finde ich sehr, sehr schön und das Ergebnis steht bei mir auf Arbeit. Und ja, ansonsten habe ich sie dann versucht so ein bisschen zu schauen, wie funktioniert es jetzt am besten, wie kann ich sie am besten hin trappieren. Es ist sehr, ich bin sonst so ein innerer Monk mäßig, der immer alles gleichmäßig haben muss. Aber diesmal habe ich mich dagegen entschieden und habe so ein bisschen meinen inneren Monk erstmal nach Hause geschickt und habe das dann frei, ja darf man das sagen, frei Schnauze gemacht. Und genau, also dementsprechend habe ich diese kleinen Kugeln dann um die Herzen drumherum trappiert und habe da dann so ein bisschen geschaut, dass das passt. Als nächstes habe ich dann das Ganze angemalt. Ich habe es jetzt nicht mit ins Video reingenommen, weil ich das irgendwie ganz merkwürdig fand, aber ich habe natürlich irrwitzigerweise irgendwo erst gedacht, ach die kannst du doch so schön ansprühen und hatte noch meine schönen Gold-Silber-Bronze-Töne, die ich noch mit den Holzbausteinchen hatte und habe dann aber festgestellt, hm, hätte es darauf vorher wissen können, Styropor und das Edding-Spray, die verdragen sich nicht so gut miteinander, also dementsprechend haben die sich dann angefangen aufzulösen. Also dachte ich, okay, herzlichen Glückwunsch und habe dann eben doch entschieden, ich male sie per Hand an. Wie gesagt, hier ist so ein bisschen, ich habe so versucht irgendwie mit dem Pinsel immer so meine Strukturen da reinzubringen. Ich mag sehr gerne diese Strukturen, die man da so machen kann. Und das war dann so ungefähr meine Art, alle anzumalen. Mit unterschiedlichen grünen, blauen Tönen, immer alles so ein bisschen petrolmäßig angehaucht. Ich mag diese Farbe ja sehr. Ich glaube, das habe ich in so vielen Videos mittlerweile erwähnt, dass ich da irgendwo, glaube ich, keinen mehr mit überrasche, dass ich sage, ich liebe diese blau-grünen Töne und mittlerweile bin ich auch so ein bisschen auf den grünen Trichter gekommen. Und meine Freundin von mir, die hatte, als sie gerettet hat, meinte sie zu mir, dass mir unglaublich gut bestimmt grün stehen würde, weil ich ja immer so einen leichten Rot-Touch in den Haaren habe. Und habe dementsprechend auch ein grünes, dunkelgrünes, na Petrol, glaube ich, war es nicht, Kleid dann dazu auch angehabt zu ihrer Hochzeit. Und ich mag das Kleid immer noch sehr, sehr gerne. Ich liebe es und werde es auch aufheben. Ich hoffe, ich passe da noch ganz lange rein. Ja, das Alter kommt auch bei mir nicht dran vorbei. Ich nehme natürlich auch zu. Ich kann da irgendwie, aktuell ist das so, wie es ist. Ich kann es gerade nicht ändern. Aber ich hoffe, ich kriege es irgendwann mal wieder ein bisschen mehr in den Griff. Ja, und ansonsten, genau, hier seht ihr, wie ich das anmale. Das mache ich selbstverständlich auch mit den Kugeln. Und dadurch ist dann so ein bisschen das Ganze bunt, aber irgendwie auch nicht bunt. Und hier habe ich schon einige von den kleinen Kugeln angemalt gehabt. Ich habe ausnahmsweise nicht ganz so viel drin gelassen in dem ganzen Video, weil es ansonsten relativ lange gewesen wäre, das ganze Video. Selbst wenn ich es jetzt ein bisschen schneller gemacht habe, wäre es trotzdem immer noch über eine Stunde gewesen, das Video. Und dementsprechend habe ich da jetzt einfach dann entschieden, ich schneide Sachen raus. Ihr müsst mir nicht zugucken, wie ich jetzt weiterhin die Murmeln nahten male. Und dementsprechend, glaube ich, könnt ihr mir da verzeihen, dass ich ausnahmsweise nicht alles mit drinne habe. Es ist übrigens eine riesen Schweinerei. Aber wie gesagt, irgendwie macht es ja doch Spaß. Ich habe nebenbei, bin jetzt so ein bisschen aktuell switchig zwischen meinen Hörbüchern hören und ich höre auch Podcast. Mittlerweile, ich verfolge zwei Menschen auf Instagram. Die haben jetzt einen eigenen Podcast, der heißt Da fehlt noch Salz. Und den habe ich mir jetzt immer angehört. Die haben jetzt, glaube ich, vier Folgen sind, glaube ich, draußen. Habe ja ein bisschen später angefangen. Ich bin eigentlich nicht so der Podcast-Typ, aber es gibt natürlich Menschen, die ich unglaublich gerne auch zuhöre. Und dementsprechend habe ich es dann doch angefangen, mir jetzt anzuhören. Und das sind auf Instagram die Namen Matelas Live und Randa and the Gang. Und genau, ich finde den Podcast jetzt an sich gar nicht so schlecht. Dadurch ist das okay. Ich finde es manchmal beim Zuhören ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das haben ganz viele Podcast-Macher, die dann irgendwie durcheinander reden. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das passiert einfach bei Unterhaltung ganz, ganz schlimm, finde ich, wenn man sich nicht ausreden lässt. Das mag ich schon im normalen Leben nicht. Dann mag ich das bei Podcasts überhaupt nicht. Und dementsprechend, ja. Und dann wollte ich jetzt anfangen mit dem Podcast. Ich will jetzt nicht lügen. Tarné und Schopmann. Ich glaube, Schopmann, den Namen, mir fällt jetzt der Name tatsächlich nicht ein, wenn ich ehrlich bin, der Vorname. Aber sie hat damals mitgemacht bei Deutschland sucht den Superstar. Dort hat sie den zweiten Platz gemacht, neben Alexander Klafs. Ah, Juliette Schopmann. Jetzt fällt es mir ein. Und den will ich mir jetzt, weil ich viele Ausschnitte immer mal gesehen hatte, auf TikTok. Und ich dachte, Mensch, ich glaube, das kann ganz witzig werden. Und habe mir das dann auch angeschaut. Und es gab mal einen Podcast, den ich mir angehört habe. Da hat jemand den Betreiber interviewt von der Hafenbar in Berlin-Tegel. Und da fand ich das auch sehr, sehr schön gemacht. Und da war wirklich auch sehr, sehr schön derjenige. Die haben nicht durcheinander gequatscht. Ich liebe es jetzt schon. Also ist aber auch der Einzige, den ich von ihm bisher gehört habe. Aber die Hafenbar Berlin ist einfach eine wundervolle Location, wo ich einfach immer wieder sage, wenn ihr irgendwo Musik hört oder so, guckt, ob was da für Musik läuft und geht da gerne hin. Es ist ein unglaublich schöner Ort, ein ganz tolles Team, was da miteinander arbeitet. Und man fühlt sich da immer sehr zu Hause. Aber weiter hier im Video. Ich habe dann mit Strukturpaste, weil ich nur weiß, hätte ich das, glaube ich, sehr, sehr langweilig gefunden. Aber mit der Strukturpaste habe ich da auch wieder so ein bisschen Muster reingemacht. Auch das mag ich unglaublich gerne, dieses Einfach mal machen. Und dementsprechend habe ich das natürlich dann auch gemacht. Und das hat sich angeboten, dass dadurch natürlich die Sachen auch kleben bleiben, wenn es dann aushärtet. Das heißt, ich habe jetzt dann einfach angefangen, die ganzen Herzen und Halbkugeln darauf zu verteilen. Und mir sind immer ein, zwei Patzer dann auch passiert. Die habe ich aber wunderbar korrigiert bekommen. Ich habe es auch relativ frühzeitig gemacht. Also obwohl die Farbe zum Teil noch nicht getrocknet war. Und ich glaube, das war vielleicht auch so ein bisschen mein Fehler. Ich hätte es vielleicht doch warten sollen, weil manchmal eben einfach das Grün auf dieser Strukturpaste dann noch so zu sehen war. Aber wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Dann ist mir ein nächster kleiner Fauxpas passiert, nämlich, dass ich das Herz nicht mittig reingemacht habe. Und jeder innere Monk müsste jetzt aufstöhnen und sagen, nein. Ja, leider. Ich habe mich so geärgert und mir ist das halt viel, viel, viel zu spät aufgefallen. Da war das nämlich schon fast getrocknet. Also dementsprechend musste ich reagieren, weil das hätte ich jetzt so nicht, nein, nein, ganz sicher nein. Und habe also nochmal ein bisschen nachjustiert. Habe so ein bisschen geschaut, was jetzt am besten vielleicht an Rettung möglich ist. Hier seht ihr übrigens schon, zum Beispiel, da ist mir das Grün so ein bisschen da reingerutscht. Ihr seht schon, die Kugeln sind alle unterschiedlich groß. Alles so ein bisschen irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, total chaotisch, aber irgendwie trotzdem sortiert. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ist nicht jedermann Sache, das weiß ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und, aber wie gesagt, hier seht ihr auch, ich habe dann immer das Grün nochmal so ein bisschen korrigiert bekommen. Und das war für mich jetzt dann auch vollkommen in Ordnung. Und, ja, und korrigiert habe ich es letztendlich, dass ich mir nochmal zwei kleine rote Herzen gemacht habe. Und die in die Ecke unten reingemacht habe. Dadurch wirkt das Ganze jetzt nicht mehr ganz so schief, sondern es ist einfach ein bisschen sortierter. Und hier habe ich jetzt eben auch die Herzen dann wieder rot angemalt. Und musste dann aber, weil ich die Strukturpaste ja schon ausgehärtet war, sage ich jetzt mal, musste ich ein bisschen anders das Ganze dann festkleben. Aber auch das hat gut funktioniert dann. Ich habe es mit Heißkleber gemacht. Und Heißkleber ist ja immer so der Retter der Nation, glaube ich. Ich glaube, wer irgendwie bastelt oder so, der kennt diesen Retter, diesen SOS-Retter Heißkleber voll. Nicht Heißkleber voll, äh, Heißkleber. Das kenne ich von einer anderen YouTuberin, die auch immer bastelt. Die sagt auch immer so Kalli Kessi, falls du das hörst, was ich aber nicht glaube. Ich kenne den Heißkleber und ich liebe ihn genauso wie du. Und, äh, ja, dementsprechend ist das immer wieder eine schöne Variante. So, und dann habe ich das Ganze eben, wie gesagt, festgeklebt. Allerdings, hier seht ihr schon, ich habe nochmal so ein bisschen, damit ich dieses Rot nochmal aufgreife, auch das Rot auf das große Herz mitgenommen. Das ist, glaube ich, das, wo einige vielleicht sagen, oh nee, jetzt hast du das irgendwie nicht schön gemacht. Ich finde es tatsächlich schön, weil ich jemand bin, der gerne die Farben in dem Ganzen immer, nicht nur einmal drin hat, sondern eben auch mehrmals. immer wieder mal aufgreift. Und dadurch war das für mich die Schlussfolgerung, dass ich das nochmal machen muss. Ihr seht logischerweise das große Ergebnis nochmal am Ende. Und, ähm, aber wie gesagt, für mich volle Absicht, äh, für mich gehört das mit dazu. Aber ich verstehe natürlich, wenn der eine oder andere sagt, ma, na, jetzt ist es richtig doof. Und, äh, ist wie schon mit unterschiedlich großen Kugeln. Denn auch das, äh, kann den einen oder anderen richtig, richtig durcheinander bringen mit seinem inneren Mock. Aber, wie gesagt, ich mag die Herzen da unten. Ich glaube, das war eine richtig gute Idee, das Ganze dann so zu machen. Und, ähm, hab auch das ganz gut mit dem 3D-Rahmen dann hinbekommen. Es war ein bisschen knapp, also auf die Höhe so ein bisschen achten. Aber es hat trotzdem gut funktioniert dann. Und, äh, hab dann auch gleich die Schutzfolie abgemacht. Ich hab die Bilderrahmen übrigens beim Amazon gekauft. Bekommt man woanders auch billiger. Hab ich nämlich jetzt gemacht, äh, und hab mir die nämlich bei Teddy geholt. Und ich glaube, die haben sogar eine größere Höhe, wo halt noch mehr Spielraum ist von dem Ganzen. Und dementsprechend, äh, glaube ich, ist das auch eine wunderschöne Variante. Ich war nämlich letztens gerade wieder bei Teddy und hab mir was geholt. Ich möchte nämlich für Arbeit nochmal ein paar schöne Bilder machen. Hab mir also große Leinwände geholt. Und, äh, eben dann fiel mir dann noch eben der 3D-Bilderrahmen ein. Und hab dann eben dementsprechend nochmal entschieden, das Ganze dann mit dem 3D-Bilderrahmen zu machen. Ich muss mal gucken, ob ich es eventuell mit den Bausteinen nochmal mache, aber mit anderen Farmen. Oder ob ich es nochmal mit den ganzen Metalliktönen nochmal mache. So, hier seht ihr auf jeden Fall das Ergebnis. Hier kommt auch nochmal die letzte Folie davon ab. Ich hab die, ich lass sie immer so gut wie möglich immer ganz lange drauf, damit eben die Kratzer nicht so richtig dann irgendwie alles kaputt machen. Man weiß ja, wie tollpatschig man manchmal sein kann. Und, ja, und hier ist dann mein Ergebnis. Jetzt kommt gleich noch ein bisschen, mach ich noch ein Foto mit rein. Und ich verabschiede mich aber auch schon und freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und bis dann! Und dann geht's euch noch ein bisschen, mach ich noch ein bisschen, mach ich noch ein bisschen. Und dann geht's euch noch ein bisschen, mach ich noch ein bisschen, mach ich noch ein bisschen.